So Lieblingspetter, Lieblingsfarbe, Blau, Lieblingsgetränk, Wein, Lieblingsessen, alles Italienische, Lieblingsfilm, Spielen wir das Lied vom Tod, Lieblingslied, von Sergio Leone, Spielen wir das Lied vom Tod. Lieblingsspieler, den du trainiert hast, da gibt es Hunderte, fast in jedem Verein fünf. Sag mal einen. Fangen wir an, Tor, Bodo Elkner, Jens Lehmann, haben wir zwei genannt. Lieblings Gegenspieler? Es gab keine Gegenspieler, ich war der Gegenspieler von irgendjemandem. Lieblingsspieler in einer gegnerischen Mannschaft? Immer derjenige, der ausgewechselt wurde. Lieblingsspiel, an dem du teilgenommen hast? Als Spieler oder als Trainer? Als Trainer. Entscheidendes Spiel um den Klassenerhalt mit Schalke 04 gegen Blau-Weiß 90 im Parkstadion. 72.000 Zuschauer. Spielausgang, klar, Schalke gewonnen, vier Tore gemacht. Lieblingsmoment in deiner Karriere? Die Hochzeit meiner Frau.